Wenn an einem Samstagabend eine Warteschlange vor der Mensa der Hochschule Trier am Schneidershof steht und ein Fernsehteam vom Südwestfunk das aufnimmt, dann muss das einen ganz besonderen Grund haben. Einmal im Jahr ist die Mensa der Hochschule Trier der Ort für eine ganz besondere Kulturveranstaltung. Dann stehen Comedians auf der Bühne beim Jahresfinale für den Master Comedy Slam. Die Location hat ja was Kathedrales schon, die ganze Location. Und das Studiwerk macht einen super Service. Und seit vier Jahren machen wir es jetzt zum vierten Mal. Andreas Wagner war begeistert, als sie die Idee hatten, das hier zu machen. Wir sind begeistert als Kulturraum Trier vor dem Master, das Jahresfinale des Kommunistams überhaupt hier zu machen. Den Gästen gefällt es sehr gut. Von daher passt das wie die Faust aufs Auge. Das ist gut. Das Forum für Humorkünstler hat sich zum Erfolgsmodell in ganz Deutschland entwickelt. Die Kooperation mit dem Kulturraum Trier e.V. und dem Studiwerk Trier hat bereits eine Tradition. Wenn ein Abend voller Wortwitz geboten wird, dann sind auch Studiwerker mit im Einsatz. Es ist wunderbar. Es ist immer wieder schön, solche Veranstaltungen zu begleiten, weil es macht sehr viel Spaß. Die Leute sind alle sehr nett. Es ist einfach toll. Die zahlreichen Gäste sollen auch am Wochenende mit leckeren Snacks und kühlen Getränken versorgt werden. Die Mensa der Hochschule außerhalb einer Vorlesung erleben und das mit jeder Menge Spaß auf der Bühne. Das gefällt auch den Studis. Ja, es ist mal was ganz anderes, weil ansonsten ist es hier wirklich immer ziemlich voll. Gut, heute Abend ist es auch voll, aber heute ist man eben mal freizeitlich da. Das heißt, man kann sich entspannen und hat nicht die Vorlesungen im Kopf. Und man hat sogar noch einen Platz gefunden und muss auch nicht so lange anstehen. Na da kann der Comedian Salim Sammatu aus Idar-Oberstein aber noch eins draufsetzen. Zum Thema Studentenleben. Ich studiere Wirtschaftsinformatik. Das ist wirklich die Kunst der Studienfächer. Ich weiß ein bisschen was von Wirtschaft, ein bisschen was von Informatik. Also keins so wirklich richtig. Und wir sind am meisten gesucht. Das heißt, wir suchen, teilen Wissen. Herzlich Willkommen zu meinem Trierer Sprachlexikon. Heute der Buchstabe M. Mordkreuz. Das Trierer Marktkreuz. Das Symbol unserer Stadtrechte und Marktrechte. Da kann man Eppel kaufen, Bieren und Bananen. Hier im Trierer Hauptmarkt steht Mordkreuz M. Hallo, mein Name ist Thomas Fatheuer. Ich bin der neue Mitarbeiter in der Stabsstelle Unternehmenskommunikation im Studiwerk Trier. Zu meinen Aufgaben gehört es ab und zu, selber mit dem Fotoapparat unterwegs zu sein, um aktuelle Ereignisse, Veranstaltungen im Bild festzuhalten. Die pflege ich dann auf der Homepage studiwerk.de ein oder der Facebook-Seite. Pressekontakte zu Medien mit Pressemitteilungen und Pressegesprächen gehören ebenfalls zu den Aufgaben. Außerdem Kontakt und Austausch mit dem deutschen Studierendenwerk. Und natürlich einmal im Monat selber die Videokamera in die Hand zu nehmen, um das aktuelle Videomagazin beim Studiwerk zu pflegen. einfach-studieren.tv einfach mal einklicken.